Dann ging es los, also Wirtschaftsingenieur, Studium, Verleihpflügel. Wir haben uns heute verabredet, weil du gesagt hast, ich komme auf meinem 5-Stunden-Training heute mal kurz vorbei. Genau, ja, ja. Da gehört schon einiges zu, was du nimmst mit dir so die Woche? Genau, also heute habe ich jetzt tatsächlich eine schöne Grundlagenausdauerfahrt, das passt mir ideal. Und ja, das variiert natürlich im Winter sowieso ein bisschen anders. Da ist es dann mehr grundlagenorientiert, also ausdauerorientiert. Jetzt während der Saison, je nach Periode, viel Intervalle. Morgen zum Beispiel muss ich eine Minute Sprints machen. Und dann am Donnerstag wieder Grundlage und stundentechnisch wirklich die Zeit auf dem Rad. Da ist so der Schnitt bei 17, 18 Stunden das ganze Jahr über. Dann kommt natürlich noch das Media und so Zeugs dazu. Aber ich denke genau, ich bin natürlich froh, dass ich das alles unter einen Hut kriege. Und das auch natürlich, weil die Hochschule mich da unterstützt als Partnerhochschule des Spitzensports. Das freut mich zu hören. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.